Willkommen zum CapTrader Cash Call mit Luis Pasos, dem Experten für Hochdividendentitel. Hallo Luis! Ja, hallo Dominik und zunächst wünsche ich dir und dem CapTrader Team sowie allen Zuschauern, sofern noch nicht geschehen, ein frohes neues Jahr. Gleichfalls, danke. Ja, dann lass uns mal direkt loslegen. Lass uns mal den Hochdividendentitel vom letzten Mal besprechen. Ja, genau. Letztes Mal bist du ja gestartet mit, wie du gesagt hast, dem neuen Stern am Dividendenhimmel, DoorDash. Das war natürlich etwas ironisch gemeint. Und ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber das ist einfach zu gut, was mir da ein Leser zugespielt hat. Und zwar, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch so ein bisschen an die Dotcom-Blase, an die letzten Auswüchse. Klar. Und das ließ sich auch so ein bisschen an den Emissionsprospekten festmachen. Unter anderem gab es eine Firma, nej.com, also nej.com. Und die hat 1999 den Gang aufs Parkett gewagt und hat ins Emissionsprospekt geschrieben, Zitat, das Unternehmen verfolgt derzeit keine Geschäftstätigkeit und hat seit seiner Gründung aus dem operativen Geschäft keine Umsätze erzielt. Das Management wird den Aktivitäten der Firma einen unbedeutenden Zeitaufwand widmen, Zitat Ende. Also das spürte man ja auch schon so ein bisschen, dass damit der Gipfel erreicht ist, weil letztendlich ging es ja nur darum, einen Firmenmantel mit Dotcom-Endung irgendwie an die Börse zu bringen. Und nun ist es so, in den USA, wenn ich dort als Unternehmen an die Börse möchte, muss ich ein sogenanntes Form S1 einreichen. Also ein Formular S1 heißt, das ist ein standardisiertes Format. Und zwar ist das die Anmeldung des Börsengangs bei der US Securities and Exchange Commission, die SEC, also die Börsenaufsicht. Und es ist letztendlich so eine Art Registrierungserklärung, wo die grundlegenden geschäftlichen und finanziellen Informationen zur Gesellschaft festgehalten sind. Das sind so circa 150 Seiten. Ich weiß nicht, hast du hier mal so eine S1-Erklärung durchgelesen? Nein, nicht im Detail. Nein, habe ich bisher auch noch nie. Aber ich habe einen Leser, an der Stelle nochmal vielen Dank an den Thomas, der mir das zugespielt hat. Und zwar sehr interessant ist von DoorDash, die S1-Erklärung. Und zwar auf Seite 46. Und die, denke ich, sollte man dem Publikum nicht vorenthalten. Ich habe es über DeepL mal übersetzen lassen ins Deutsche. Und dort, ich zitiere erneut, wir haben eine wesentliche Schwachstelle in unserem internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung identifiziert und könnten in Zukunft weitere wesentliche Schwachstellen identifizieren oder anderweitig kein effizientes internes Kontrollsystem aufrechterhalten, was zu wesentlichen Fehlaussagen in unserem Konzernabschluss führen oder dazu führen könnte, dass wir unsere periodischen Berichtspflichten nicht erfüllen können. Also hier schreiben wir schon mal, dass die eben nicht in der Lage sind, vernünftig die Zahlen aufzubereiten. Ja, und das war vermutlich nicht ganz freiwillig, denn ja, dann schreiben sie durch, dass sie halt ein hohes Wachstum erlebt haben und infolgedessen unsere unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, jetzt ist wieder Zitat, im Zusammenhang mit der Prüfung unserer Konzernabschlüsse am 31. Dezember 2018 und 2019 eine wesentliche Schwachstelle in dem Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung festgestellt hat. Eine wesentliche Schwäche ist eine Unzulänglichkeit oder eine Kombination von Unzulänglichkeiten im Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung, sodass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine wesentliche Fehldarstellung unseres Jahres und Zwischenabschluss nicht verhindert oder entdeckt wird. Und ja, dann schreiben die, ja, was man dazu zugen kann in Zukunft. Ja, aber letztendlich schreiben dann auch, Zitat, obwohl wir uns bemühen, diese wesentliche Schwachstelle zu beheben, können wir den Erfolg dieser Bemühungen oder das Ergebnis unserer Bewertung der Abhilfemaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Und von daher räumen die ein, dass dies zu Fehlern unseren Konzernabschlüssen führen kann, die eine Anpassung unserer Abschlüsse zur Folge haben könnten. Und es könnte dazu führen, dass wir unseren Berichtspflichten nicht nachkommen, was das Vertrauen der Anleger in uns mindern und einen Rückgang des Kurses unserer Stammaktien der Klasse A verursachen könnte. Zitat Ende. Also auf gut Deutsch, die haben Schmuh mit den Zahlen gemacht, sind dabei erwischt worden. Geloben, Besserung, aber hinterm Rücken haben sie eben die Finger gekreuzt. Ja, das fand ich also schon eine ganz interessante Aussage. Aber durchgekommen sind sie damit. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, die 150 Seiten, wie genau die von der SEC studiert worden, die ja eigentlich als recht rigide gilt. Aber nun ja, und für einen voll digitalisierten, automatisierten Lieferservice-Vermittler, was anderes ist ja dortisch nicht, mit einer Market Cap, also Marktkapitalisierung von aktuell 53 Milliarden US-Dollar, finde ich das ganz schön mutig, oder? Ja, aber immerhin sind sie offen. Sie können jetzt nicht verklagt werden. Da steht ja jetzt alles drin, wenn man auf Seite 46, so wie du es sagst, nachschaut. Das stimmt natürlich. Wenn jetzt also ein Anleger die Aktien kauft und dann ausführlich Fundamentalanalyse betreibt und sich auf das Zahlenwerk stützt und die entsprechenden Prognosen daraus ableitet, positiver Natur, ja, und dann plötzlich, weiß ich nicht, soll ja schon mal vorgekommen sein, dass irgendwie zwei Milliarden Euro beziehungsweise Dollar irgendwo fehlen in so einer Bilanz, ja, dann kann DoorDash die Hände in Unschuld waschen, weil darauf haben sie ja hingewiesen, dass man den Zahlen nicht unbedingt vertrauen sollte. Ja, das ist vielleicht ein Kandidat für unsere neue Leerverkaufs-Rubrik, die wir jetzt öffnen könnten mit DoorDash. Ich habe zugegebenermaßen gestern geliebäugelt mit einem Leerverkauf, habe sogar auf Verkaufen gedrückt und dann wurde mir gesagt, keine Aktien zur Verfügung stehen. Das heißt, vielleicht ist es sogar ein Kontraindikator, wenn so viele Leute leer verkauft haben, dass ich keine Aktien dafür finde, dass es dann noch weiter nach oben geht. Wer weiß. Ja, wobei bei Leerverkäufen ist natürlich immer das Problem, dass der Markt länger gegen dich noch laufen kann, als du liquide bist, ja. Also selbst wenn du dann, also gerade bei Leerverkäufen nützt es ja nichts, wenn du mittelfristig bis langfristig recht hast, aber dir in der Zwischenzeit die Liquidität austrocknet und du dann irgendwann glattziehen musst. Ja, also es wäre natürlich ein kompliziertes Thema, aber mach mal ein Leerverkauf hier nicht schlecht. Aber das vielleicht mal für ein anderes, ja, eine andere Sendung. Machen wir weiter. Du hast uns natürlich sicherlich einen neuen Wert mitgebracht. Ich kenne ihn bereits, habe den auch schon ausführlich angeschaut. C.K. Hutchinson Holdings, genau. Genau. Richtig. C.K. Hutchinson Holdings, ein Zusammenschluss der Chen Kong und der Hutchinson Vampour. Und darauf bin ich gestoßen über einen Beitrag, wo es tatsächlich auch um die Bilanz des Unternehmens ging. Und was mir da aufgefallen ist, da komme ich gleich zu, vielleicht zunächst rein formal. Es handelt sich um eine Holdinggesellschaft, so einen klassischen asiatischen Mischkonzern, der an der Börse Hongkong notiert ist, also auch in Hongkong seinen Stammsitz hat und über das markante Kürzel 1 geordert werden kann. Also das Kürzel funktioniert auch bei euch über CupTrader. Einfach an der Hongkong Stock Exchange eine 1 angeben, dann kommt der Wert raus. Es handelt sich um eines der größten Unternehmen aus Hongkong. Aktuell die Marktkapitalisierung 220 Milliarden Hongkong-Dollar. Der Hongkong-Dollar aktuell ein Wechselkurs von 9,5 zum Euro. Das heißt etwa 23,2 Milliarden Euro schwer, das Konglomerat. Aktuell notiert der Kurs bei 56,70 Hongkong-Dollar. Und der schwankt in den letzten zwölf Monaten. Da hatten wir ja auch noch den Shutdown-Crash mit dabei. Zwischen 45,05 und 76 Dollar. Der hat also sein Vorkrisenhoch noch nicht wieder erreicht. Ja, was machen die? Naja gut, so ein Konglomerat hält halt viele strategische Beteiligungen. Ja, wirklich eine Fülle mit aber einem klaren Schwerpunkt, nämlich Infrastruktur. Und Regionen, also die sind weltweit tätig in über 50 Ländern, verteilt über die ganze Welt, aber klar mit einem Asienschwerpunkt. Ja, insgesamt schon recht beachtlich 300.000 Mitarbeiter, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Unternehmen zu tun haben. Und im letzten Jahr umgerechnet 32 Milliarden US-Dollar Umsatz. Ja, viele Beteiligungen sind natürlich anteilsmäßige Beteiligungen, eben nicht 100% Beteiligungen. Ja, und wie vorhin gesagt, 2014 war das ein Zusammenschluss von zwei Unternehmen. Ja, wobei hier Chen Kong dominierend war. Chen Kong selber 1972 an die Börse gegangen, also schon fast so ein Urgestein in Hongkong. Und das ist insofern bemerkenswert, weil ja, nach wie vor dominierender Einfluss, sowohl früher bei Chen Kong als auch jetzt eben bei C.K. Hutchinson, hat die Familie Li und in dem Fall Li geschrieben, also chinesisches Li. Und der Gründer von Chen Kong seinerzeit, Li Ka-Shing, gilt so ein bisschen als der asiatische Warren Buffett, ist jetzt auch schon 90 Jahre alt und geschätzt so um die 30 Milliarden US-Dollar schwer. Das ist jetzt aber nicht Berkshire Hathaway im Asien-Format oder doch? Habe ich da was überlesen? Nein, also zumindest nicht, was die Kursentwicklung angeht, aber so ein bisschen, was den inneren Wert des Titels angeht. Allerdings muss man auch sagen, der Li Ka-Shing, der hat auch wirklich eine beeindruckte Karriere hingelegt, als Fabrikhilfsarbeiter irgendwann begonnen. Und so ein Milliardär, der hat dann seine ganzen Geschäfte im Jahr 2018 an seinen Sohn Li Victor oder halt in europäischer Schreibweise oder Sprechweise Victor Li abgegeben. Ja, und das kommt noch mal Rat. Ich hatte ja gesagt, Schwerpunkt ist Infrastruktur und das ist zum einen Energie- und Wasserversorgung. Also die haben sehr viele Firmenbeteiligungen, die an Gaskraftwerken, beispielsweise Wasserwerken etc. beteiligt sind. Dann haben die einen ganz großen Sektor Telekommunikation. Allein über Beteiligung über diesen Telekommunikationssektor haben die in Europa 40 Millionen Kunden. Denen gehören unter anderem 30.000 Mobilfunktürme, die allein aktuell geschätzt 10 Milliarden US-Dollar wert sein könnten, auch im Hinblick eben auf den neuen 5G-Standard. Die haben daneben noch so Sachen wie eine Internetsparte, eine Pharma- und Biotechnologiesparte. Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, wirklich strategisch hervorragend positioniert, eine Hafensparte. Das heißt, die haben Beteiligungen und zwar signifikante Beteiligungen, teilweise auch Alleineigentümerschaft von 50 Häfen weltweit. Unter anderem Barcelona, Sydney, Hongkong, Busan in Korea, Rotterdam, Dera Cruz in Mexiko, Jakarta und der Duisburger Hafen hier in Deutschland. Der ist ja meines Wissens, also zumindest in Europa der größte Binnenhafen. Also da hat man sicherlich eine gute strategische Positionierung, wenn man in diesem Infrastrukturbereich, Hafenbereich sich da beteiligen möchte. Die Verflechtungen gehen so weit. In Deutschland bekannt ist ja die Firma Rossmann beispielsweise, die Drogerima-Kette. Da halten die auch 40 Prozent dran. Und denen gehört zu 100 Prozent die ISTA. Da dürfte, ja, ich denke mal ein Großteil der Haushalt hier in Deutschland mitzutun haben, das sind die, die früher abgelesen haben. Das Ganze läuft jetzt natürlich großen Teils digital und ist natürlich so eine richtige Cash-Cow, ja, weil das eben was Automatisiertes ist, ja, entsprechend konstante Gebühreneinnahmen bringt. Also durchaus, ja, interessant aufgestellt. Jetzt kommt es aber, der Chart der letzten Jahre, der sieht wirklich, ja, übel aus, ja, von links oben nach rechts unten, so Stückchen für Stückchen runtergebröckelt. Das Ganze, ja, aktuell auf dem Kurs von 56 Hongkong-Dollar 70. So, wenn man jetzt nochmal in die Bilanz guckt, ja, und die haben nicht die Einschränkung wie DoorDash, muss ich auch dazu sagen, die haben aktuell bilanziert an Net Assets, also Nettovermögenswerten 600 Milliarden Hongkong-Dollar. Das entspricht 63,2 Milliarden Dollar. Und wenn wir das nochmal gegen den Börsenwert setzen, ja, mit 23,2 Milliarden Dollar, haben wir hier einen Abschlag zum Inneren Wert von über 60 Prozent. Dazu kommt, wie kommt es, die Deutsche Bank hat ja auch so einen Abschlag, nicht von ungefähr. Wieso haben die so einen Abschlag? Bist du denen auf die Stege gekommen? Das ist eine gute Frage. Es kommen natürlich mehrere Faktoren rein. Es kann sein, dass natürlich die politische Unsicherheit Hongkongs da eine große Rolle spielt, ja, durch den Einfluss Chinas. Kann natürlich sein, dadurch, dass der Patriarch so alt ist, dass da vermutet wird, also der arbeitet ja weiter für das Unternehmen als Berater, dass da vermutet wird, okay, mit seinen Beziehungen und Kenntnissen, dass die Übergabe in die nächste Generation nicht so klappt, wobei das bei Buffett ja im Prinzip genau dieselbe Herausforderung steht. Ja, es könnte sein, jetzt natürlich gerade bedingt durch das Jahr 2020, habe ich natürlich auf der einen Seite sehr stabile Geschäftsführer wie Telekommunikation. Die werden natürlich nicht erfasst von so einem Lockdown beispielsweise, aber natürlich so der Welthandel hat natürlich schon gelitten. Dementsprechend natürlich auch die Hafenbeteiligungen. Ja, nichtsdestotrotz, bei dem Abschlag, sofern die Zahlen jetzt nicht völlig geschönt sind, denke ich, ist das ja zum einen so ein Turnaround-Kandidat, wo man durchaus drauf spekulieren kann, ja, wo wir wirklich, sofern der Welthandel auch wieder anzieht, da auch wieder steigende Umsätze erleben werden. Die sind übrigens im Jahr 2020 relativ wenig gesunken, genauso wie die Dividende, die liegt bei drei Hongkong-Dollar pro Jahr. Das entspricht aktuell einer Dividendenrendite von gut fünf Prozent. Zwei Zahltermine, einmal im Mai und November, meine ich. Also von daher für, ja, Dividendenjäger mit, wie soll ich sagen, die, ja, dass sie so ein bisschen auf der Suche sind nach eventuellen Kandidaten, der eventuell unterbewertet ist, der die Wende nochmal, eine Kurswende hinbekommt, der dann von einem wieder steigenden weltweiten Handel profitieren kann, der, ja, Cashflow-starke Infrastrukturanlagen im Portfolio hat, durchaus eine Überlegung wert. Ja, ich fand den Wert auch sehr interessant. Als ich dann zuerst gegoogelt habe, kam mir raus, Telekommunikation, dann dachte ich, hey, das ist wieder so ein Telekommunikationswert und dann dachte ich, wieso nicht China Mobile, das jetzt momentan die Runde macht bei Dividendenleuten. Aber dann habe ich mal da reingeschaut auf die Webseite und das ist tatsächlich, das ist ja wie so ein kleiner ETF oder Phone, da ist alles vorhanden, Ports, die Funkmasten, die du erzählt hast. Also sehr interessant das Ganze. Genau. Also im Prinzip kaufen wir hier einen Fonds mit Schwerpunkt Infrastruktur im asiatischen Raum, aber eben mit Geschäftsaktivitäten rund um die Welt. Und ja, ich habe ja auch immer wieder Leser und Hörer oder Zuschauer, die auch sagen, naja, sie suchen einen Wert auch, mit dem sie so den Asienanteil ein bisschen erhöhen können, der noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Und dann ist das sicherlich ein Titel, der in die engere Wahl gezwungen werden kann. Das zweite, woran ich direkt immer gedacht habe, als ich das gesehen habe, zerschlagen. Also wenn man das Ding zerschlagen würde, dann würden wahrscheinlich Werte gehoben werden. So habe ich mir das mal gerade angeschaut. Also die Ports, Funkmasten, Drogerieketten. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Wert, wobei du da auch wieder mal ein bisschen zu spät gekommen bist mit deiner Empfehlung. Als ich mir den Chart angeschaut habe vor drei Monaten, sah das noch ein bisschen preiswerter alles aus. Und die Dividendenrendite war auch noch ein dick besser. Ja, da letztendlich die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist ja eine philosophische Frage dann auch, ja. Eines Einstiegs und Ausstiegs. Aber sicherlich eher einen Wert in die Kategorie kann man länger halten. Ja, da werden bestimmt einige schwach werden und sich das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Der Wert ist auf jeden Fall interessant. Kommen wir zu dem Thema, was wir letztes Mal schon machen wollten. Aber wir sind über die Zeit gegangen. Jahresausblick diesmal direkt am Anfang. Jim Rogers habe ich neulich gehört. Er sagte, heutzutage ist es besser 99 Jahre alt zu sein als 29, so wie sich die Dinge jetzt gerade entwickeln. Was fällt dir denn so pauschal direkt ein? Ja und nein, wenn ich das Zitat höre. Also auf der einen Seite ist es natürlich richtig, gerade jetzt in Deutschland, wenn ich an die vielen jungen Leute denke, die jetzt mit Studium oder Ausbildung fertig werden, die treten dann natürlich ein hartes Erbe an. Und die, also ich persönlich rechne dann auch mit realwirtschaftlichen Verwerfungen, gerade in Europa, die dann natürlich, wenn wir das Ganze noch EU-weit ziehen, darin kulminieren, dass wir natürlich in der südlichen Peripherie Länder haben, ja, die in hohem Maße vom Tourismus leben, ja, beispielsweise meine spanische Heimat, da trägt der Tourismus ja auch, ja, 15, 20 Prozent zum Bruttosozialprodukt bei, regional ja noch viel mehr. Und das sind natürlich dann schon katastrophische Zustände, ja, ähnlich natürlich dann auch in Regionen Italiens, Griechenlands. Ja, das Ganze eben mit den stark steigenden Schuldenquoten, ja, Griechenland hat zum Jahreswechsel die 200-Prozent-Grenze geknackt, also Verschuldung, Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ist also auf dem, ja, Weg, das Niveau Japans zu erreichen. Hätte es übrigens auch schon, wenn es den Schuldenschnitt nicht gegeben hätte, 2010 oder 2011, wann er war, ja, die ohnehin schon hohe Jugendarbeitslosigkeit, also da kommen schon einige volkswirtschaftlich bedenkliche Faktoren zusammen. Ja, also davon losgekoppelt ist natürlich dann wiederum die Börse, weil spätestens seit letztem Jahr wissen wir ja auch, dass das eine nicht unbedingt mit dem anderen was zu tun hat. Und natürlich durch die, ja, faktisch auf Null- bzw. Minus gesetzten Zinsen sehr viel Geld, natürlich auch durch andere Faktoren, an die Aktienmärkte gelangt ist. Ja, die FED und andere Zentralbanken auch gesagt haben, im März dann irgendwann, wir, ja, packen da die dicke Bertha wieder aus, ja, und geben Liquidität, kippen die dorthin, wo sie benötigt wird. Und ab dem Zeitpunkt sind die Kurse ja dann auch wieder v-förmig nach oben gegangen. Ja, und ja, ich denke mal, die Zentralbanken werden davon nicht abrücken. Eher im Gegenteil. Im Schattenkabinett des mutmaßlich neuen US-Präsidenten sitzt ja mit Janet Yellen eine Ex-FED-Vorsitzende, die auch schon, ja, ins Spiel gebracht hat, die Idee, dass die Zentralbank ja durchaus auch Direktaktien kaufen könnte. Die Zentralbank von Japan macht das ja schon, die FED noch nicht. Die kaufen bisher ausschließlich Anleihen. Und ja, wenn man sich halt die Diskussionen rund um das Thema eben anschaut, auch so Stichworte, Modern Money Theory, dann deutet doch sehr viel darauf hin, dass die zumindest großen Zentralbanken rund um den Globus genau diesen Weg gehen werden. Das ist vermutlich tendenziell eher positiv für Aktionäre. Aber wie gesagt, volkswirtschaftlich, gerade in Deutschland, wird es meines Erachtens schon eine Schneise der Zerstörung geben durch viele Branchen. Weil ich persönlich finde es spannend oder interessant, dass das Ursprungsland der ganzen Misere, nämlich China, die haben das alles hinter sich gelassen scheinbar. Die Partys gehen da jetzt weiter, die Leute feiern, es gibt da keinen Lockdown. Und viele sagen auch, das ist, glaube ich, das Jahr, an dem so das Zeitalter Chinas durchstartet, für alle sichtbar. Wir haben letztes Jahr gesehen, die Lieferketten waren unterbrochen. China hat nichts geliefert, wir konnten nichts produzieren. Und jetzt sind wir alle im Lockdown begriffen, nur aus Spanien, Italien, aufgezählt und die Chinesen starten so richtig durch. Was ist denn so deine Einschätzung? Ja gut, die Chinesen sind natürlich seit jeher ein sehr strategisch denkendes Völkchen. Und diese Tradition setzen sie sicherlich auch momentan fort. Oder besser gesagt, haben die sogar revitalisiert. Weil natürlich zwischenzeit in der, ich sage jetzt mal, hardcore kommunistischen Ära natürlich fatale Entscheidungen getroffen wurden, die dann natürlich auch zu genozidalen Ergebnissen geführt haben, wenn man sich eben dann den großen Sprung nach vorne oder ähnliches anguckt. Aber diese Ära haben sie halt hinter sich gelassen. Und jetzt knüpfen die meines Erachtens schon an ihre alte Geschichte wieder an. Und ich denke mal, es ist ja auch kein Zufall, dass demonstrativ in Wuhan Massenpartys ohne Abstände, ohne Sonstiges gefeiert werden. Das ist doch die Demonstration an den Rest der Welt. Seht her, der chinesische Weg ist der erfolgversprechende. Und dazu kommt jetzt natürlich noch, da werden sie ihr Glück auch kaum fassen können, dass die in Europa jetzt in 2021 in einigen Teilen da sehr, sehr günstig auf Einkaufstour werden gehen können. Und ja, im Prinzip am Ende der Seidenstraße jetzt die ein oder andere Dependance eröffnen werden. Und vor kurzem gab es auch einen interessanten Artikel in der Neuen Züricher Zeitung zum Thema China und strategische Planung und Einflussnahme in Europa. Ja, das war schon ganz interessant. Und ja, die Aktivitäten deuten halt schon genau in diese Richtung der zunehmenden Einflussnahme. In Afrika ist das ja auch schon seit Jahren eben der Fall. Also hier zum Beispiel auch gerade durch Infrastrukturinvestments. Wie siehst du denn als Reserveoffizier die ganze militärische Macht Chinas, die Spreadley-Inseln, die sie künstlich aufgebaut haben, dann zusätzlich diese Überschallraketen als Carrier-Killer? Das heißt, die USA könnten denen gar nicht sagen, was sie zu tun haben, wenn sie es denn wollten. Also ich glaube, ein militärischer Konflikt würde der passieren, den könnten die USA nicht mehr für sich entscheiden, meine ich. Nein, das sowieso nicht. Aber das schon ganz lange nicht. Dazu muss man sich halt auch immer vor Augen führen, was ja eine moderne Armee ja auch in der Größe der USA überhaupt zu leisten, der Lage ist. Wenn man sich eben schaut, dass auch die NATO selber eben beschränkt ist auf zwei, drei größere Militäroperationen weltweit und dann auch ihre Kapazitäten erschöpft hat, ist es einfach illusorisch zu glauben. Einfach, wenn man das mal gedanklich durchspielt, ja, ein Krieg gegen so eine Großmacht einfach auch von der Masse her jetzt auch unabhängig von der Technologie zu gewinnen. Ja, weil rein hypothetisch jemand, der in China einmarschieren wollen würde, hätte ja nur zwei Optionen über Land. Ja, also und da kann man sich überlegen, wie soll das funktionieren? Ja, gut, über die Seidenstraße. Ja. Aber das ist, glaube ich, genauso illusorisch wie der andere Weg, nämlich der Seeweg. Gerade Seeoperationen mit solchen Massen an Material und Personal, die dann erforderlich sind, um so einen Brückenkopf zu bilden, das ist angesichts der Zahlenverhältnisse dann auch illusorisch. Das heißt, da haben wir, gilt aber natürlich auch umgekehrt, ja. Also gerade was die Seekapazitäten der Seestreitkräfte angeht, ist China noch, ja, nicht so weit. Ja, ist wahrscheinlich auch eine der Gründe, ja, dass sie auch noch nicht so ganz an Taiwan herangewagt haben, die sie ja nach wie vor zum Chinesischen Reich zählen, ja, und als illegitim betrachten. Das ist ein möglicher Konfliktherd auf jeden Fall. Also Taiwan, China, das könnte irgendwann zum Konflikt werden. Aber jetzt, ja, denkst du denn, das ist jetzt der 2021, ist das der Beginn des chinesischen Jahrhunderts für alle sichtbar? Ja, ich denke mal, der Trend wird sich verstärken, ja. Und ein entscheidender Faktor meines Erachtens wird jetzt in den nächsten Jahren auch sein, und da weiß ich eben nicht genau, wie die Zahlen sind, aber vielleicht haben wir ja da einen Zuschauer, der da entsprechende Quellen hat, wie sich die Ein-Kind-Politik und deren Aufhebung auswirkt. Weil eins ist auch klar, ja, wie soll ich sagen, expansive Volkswirtschaften sind schwerlich zu haben mit einer schrumpfenden Bevölkerung, gerade mit einer schrumpfenden Arbeitsbevölkerung. Ja, das sieht man ja beispielsweise im Fall von Japan. Und wenn in China die Ein-Kind-Politik dann irgendwann durchschlägt, und das ist ja dann schon, weil es ja auch eine Politik war, die von oben verordnet war, ein radikaler Bruch. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass dieser Erfolgsweg dann zumindest stagniert oder es vielleicht sogar ein bisschen zurückgeht, weil eben die Demografie ja dann doch ein entscheidender Faktor sein wird. Im Negativen übrigens, und das steht ja auch schon so gut wie fest, weil die Zahlen sind ja bekannt, sprich die Zahlen des Nachwuchses in Europa. Das heißt, in Deutschland werden wir jetzt auch das erste Jahrzehnt haben seit Gründung der Bundesrepublik, in dem die arbeitsfähige Bevölkerung ja in absoluten Zahlen sinken wird, wenn ja nicht von außen irgendwo was Gravierendes passiert. Ja, Stichwort qualifizierte Zuwanderung. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, wenn ich in irgendeinem Teil der Welt sitze, gut ausgebildet bin, Englisch spreche, was ja in der Regel dann der Fall ist, warum soll ich Deutsch lernen, um in ein Land einzuwandern, was mir dann irgendwo 60 Prozent meines hohen Einkommens nimmt. Da kann ich ja genauso gut nach Kanada. Da bekomme ich eben nur 30 Prozent weggenommen. Also das sind ja so Überlegungen, die dann sicherlich auch mit reinfließen. Sprachbarriere und die fiskalischen Rahmenbedingungen. Ja, Stichwort Jugend. Das ist auch, glaube ich, so vorprogrammiert, gerade durch diese Lockdowns. Bei uns sieht man das ja nicht so, weil wir gerade so überaltern. Aber in vielen anderen Gesellschaften, die auch so einen harten Lockdown fahren, das ist, glaube ich, so ein Rezept für einen Konflikt zwischen Jugend und der älteren Bevölkerung. Also dass die Jugend eingesperrt wird. Ich glaube, als du 15, 20 warst, hast du dich, glaube ich, auch gerne draußen rumgetrieben und dich einsperren zu lassen. Ich glaube, da ist das, der Konflikt ist vorprogrammiert. Denn viele, wir denken mal an Chile, an jetzt momentan Äthiopien, an Hongkong. Da war ja die Jugend in der, nehmen wir mal, revolutionär aufgebracht 2019. Das wurde dann arg abgewürgt 2020. Aber ich glaube, da ist so der Deckel drauf, aber das könnte wieder alles aufflammen. Ja, wobei natürlich da etwas glättend YouTube und sonstige soziale Medien dann wirken. Also das, denke ich mal, Freizeitverhalten der Jugend hat sich schon über die letzte Generation dann doch deutlich, deutlich geändert. Die Aufmerksamkeit oder auch so ein bisschen die Sensibilität der Eltern übrigens auch. Wenn ich so meine Jugend eben zurückdenke oder Kindheit, wo wir dann morgens nach dem Frühstück in den Ferien aus dem Haus sind, irgendwo in den Wald und dann irgendwie zum Mittagessen zurück. Und zwischenzeitlich war das dann egal. Und wenn man sich dann heute selber so als Vater betrat, dann überlegt, oh, naja, wenn das Kind draußen ist, hoffentlich passiert nichts. Also vielleicht waren sogar unsere Elterngeneration da, was das angeht, etwas entspannter. Ja, obwohl tatsächlich die Statistik besagt, dass Kindern heutzutage weniger passiert. Aber nochmal, um auf China ganz kurz nochmal zurückzukommen. Also meines Wissens die Ein-Kind-Politik, die offizielle, wurde ja dann auch irgendwann beendet. Die Frage ist dann, ob so eine derart geprägte Bevölkerung dann den Wandel nochmal hinbekommt. Da gab es ja auch dieses Prinzen-Phänomen, ja, dadurch, dass es eben nur Einzelkinder gab, ja, die dann eben verhätschelt wurden, was da eben für eine Generation nachkommt. Wie die sich dann selber wieder reproduziert. Also das ist schon ein bisschen schwierig, das immer so auf Fingerschnitten zu kippen, dann so ein System. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Falls jemand eine Information hat, gerne her damit. Dann nehmen wir die bei einer der nächsten Folgen nochmal wieder auf. Ja, dann kommen wir mal zu zwei Sachen, die zum Ende des Jahres und Anfang des Jahres noch in aller Munde sind. Mein kurzer Einspieler von Keith Neumeyer, mit dem wir mal ein Interview gemacht haben, vor zwei, drei Monaten, der hat dieses hier gesagt. Ultimately, shouldn't markets work, right? Because markets do go through periods of imperfection, for sure. Tesla running to $2,000 a share, that's imperfection, right? It's anomalous. Five years from now, we'll be looking back and saying, wow, that was pretty interesting. Just like we look at the dot-com bubble back in 1999 and 2000 and look what happened then. The Nasdaq hit 5,000 in March of 2000 and it had an 80% correction over the next three years and stayed there until 2012 or 2013. And it wasn't until 2015, 15 years later, that it hit 5,000 again. Was sagst du dazu, Luis? Ja, was Tesla angeht, könnte er sogar recht haben. Ja, die Innovatoren, oder in der Geschichte waren ja häufig die Innovatoren nicht die, die am Ende, ja, sagen wir mal, des schumpeterschen Zerstörungs- und Kreativitätsprozesses dann übrig geblieben sind. Ja, und von daher, ja, klar, könnte gut sein, dass Tesla eben in absehbarer Zeit eben nicht mehr die Größe hat oder Bedeutung, dass das Unternehmen abgelöst wird oder zumindest dann in den Wettbewerb tritt mit anderen und damit eben nicht mehr diese dominierende Stellung hat. Ja, also so dieses Nokia-Phänomen, sag ich jetzt mal. Da war es ja so ähnlich, wenn man sich eben noch vor Augen führt, dass kurz bevor das iPhone das erste Jahr 2007 auf den Markt kam, hatte ja Nokia noch weit über 50 Prozent Weltmarktanteil beim Mobilfunktelefon. Ja, also da hätte ja auch niemand gedacht, dass sie das irgendwie wieder verlieren. Aber die hatten den Anteil, Tesla hat ja noch nicht den Anteil, die sind ja bewertet, als wenn sie 40 Prozent aller Autos weltweit produzieren würden. Und dabei ist es ein verschwindend geringer Teil von Elektroautos. Also klar, wenn wir das jetzt natürlich verengen, müssen wir das natürlich auf die Elektromobilität. Was die angeht, da muss ich halt einfach auch sagen, also da kenne ich mich einfach technisch zu wenig aus. Mein Vater, Gott hab ihn selig, der war ja Physiker und ich weiß, der hat schon in den 80er Jahren große Stücke auf Elektroantrieb gehalten. Und ich glaube, der würde sich heutzutage sehr freuen, dass es ja doch so mittlerweile Modelle gibt, die man erwerben kann. Und ich glaube, der würde sich tatsächlich sofort so ein Auto zulegen. Also von physikalischer Sicht hat er eben auf die sehr frühzeitig eben der Elektromobilität eine gute Zukunft verheißen. Ja, aber auch für die beste Technik gibt es einen Preis, der zu viel ist. Also es nimmt schon kolossale Ausmaße an die Bewertung. Aber wenn man so in der Blase steckt, dann sieht man die Blase vor der schieren Größe nicht. Aber auf jeden Fall, alle Short sind unter die Räder gekommen, die ganzen Leerverkäufer. Die wurden ja schlichtweg überfahren. Die Short-Squees gab es ja in der Aktie. Das heißt, man kann ja nur nehmen. Ich schaue mir das von der Seite an und könnte jetzt auch nicht den Zeitpunkt prognostizieren, wann das denn dreht, wenn es denn überhaupt mal dreht. Aber letztens hast du bestimmt mitbekommen, der Elon Musk hat einfach nur bei Twitter reingeschrieben, Use Signal. Und das hat dazu geführt, dass die Leute das vermeintlich als Aktienempfehlung verstanden haben und dann nach dem Tickersignal gesucht haben, eine Firma und ich glaube Pharmazie oder sonstiges und das Ding ist dann direkt durch die Decke gegangen. Und er meinte irgendeine ganz andere App für ein Handy so als Konkurrenz zu Twitter. Also nimmt schon extremen Ausmaß an. Aber da sind wir und da schließt sich wieder der Kreis zu Anfang. Ich hatte am Anfang gesagt, diese Firma vorgestellt, Neji.com und da ging es auch nur um das .com am Ende und das war die Signalwirkung. Und das ist natürlich dann so ähnlich, nur jetzt eben personenbezogen. Ja, wenn so jemandem Erlöserqualität zugestanden werden. Und ja, dann werden eben selbst Wortschnipsel in das Narrativ hineininterpretiert, sodass es passt. Und ja, dann kommt es dann doch zu solch exorbitanten Bewegungen. Und da ist natürlich recht. Es hat, ich glaube, schon seit zwei, drei Jahren gibt es ja durchaus auch große professionelle Lehrverkäufer, die auch gezeigt haben, dass sie ihr Handwerkszeug beherrschen, die natürlich übelst, also sich übelst blutige Nasen geholt haben mit ihrer Position gegen Tesla. Ja, dann vom Fear of Missing Out. Was fällt dir dazu ein neben Tesla? Ja, Fear of Missing Out ist ja so einer der beiden Grundgefühle eines jeden Börsianers. Ja, entweder das oder eben die Verlustängste. Ja, und im Prinzip die beiden Wölfe, die in der Investorenbrust um die Vorherrschaft ringen. Ja, und ja, in vielen Bereichen sicherlich auch einer der Treiber natürlich. Ja, sei es jetzt in Kryptowährungen, sei es jetzt in Technologieunternehmen, Börse allgemein. Ja, ich glaube, was momentan noch so ein bisschen nachhängt, das Einzige, was mir so einfällt, wäre Gold. Gut, die hatten auch eine kleine Rallye in 2020. Ja, aber von den Fakten. Ja, Gold ist ja ein Thema für sich. Die sind ja über 1,9 gegangen und dann hat jemand total dämlich irgendwie, ich glaube, 1,5 Millionen Unzen als Futures verkauft in den Markt. Ja, ich denke da mal an die üblichen Verdächtigen, die da den Preis nach unten gedrückt haben. Aber das, was du erwähnt hast, Krypto, das ist, glaube ich, momentan in aller Munde FOMO. Während wir die Aufnahme machen, ist Bitcoin ein wenig zurückgegangen von, ich glaube, in der Spitze 42 auf jetzt 33.000. Man muss mal sehen, wie die Entwicklung dann ist in den nächsten Wochen. Aber das war in den letzten Tagen und Wochen das Investment, wo die Leute da Angst haben, etwas verpassen zu können, oder? Ja, hundertprozentig natürlich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Wenn man einfach die Erfahrungen der Vergangenheit, was solche, ja, Hockey-Kurven-Effekte angeht, mal zugrunde legt, dann kommen natürlich dann auch irgendwann zumindest für einen gewissen Teil solche Investoren dann auch das böse Erwachen. Vorzugsweise natürlich die, die als letztes eingestiegen sind. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Stimmen, auch namhafte Stimmen, die sagen, dass das so nicht, ja, dass das eher der Anfang ist als das Ende. Ja, da spielen aber natürlich auch wieder so viele Faktoren rein, dass ich auch ein Stück weit sagen muss, ganz ehrlich, das erzeugt in mir ein weißes Rauschen. Also da fällt es mir schwer, mich Pro oder Contra zu positionieren. Ja, sicherlich, was auch ein Auslöser dafür gewesen sein dürfte, dass jetzt das Thema Kryptowährungen, also digitale Signaturen interessant geworden ist, ist sicherlich auch die Politik der Zentralbanken, ja, die natürlich in dem weltweiten Ausmaß dazu führt, dass ja viele und mittlerweile ja auch institutionelle Investoren ihre Portfolien überdenken. Und dann kommen natürlich solche neuen Anlageklassen, die bisher nicht beachtet worden sind und eventuell einen, ja, Ersatz bieten können für, ja, andere Portfoliopositionen, die nicht mehr so attraktiv sind. Beispielsweise Anleihen, ja, kommt natürlich sowas in Betracht, ja. Ja, ich finde das Ganze verdächtig, weil die Zentralbanken, die dulden ja keine Konkurrenz neben sich. Es scheint mir zu sein, als wenn die Leute daran gewöhnt werden, an die Idee Kryptowährung und das positiv besetzt wird. Aber am Ende des Tages, irgendwann in 1, 2, 3, 4 Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass dann die entsprechenden Regierungen sagen, hey, so, du musst dich jetzt sofort melden, Luis, deine Bitcoins umtauschen bis nächste Woche in die Kryptoeuros. Ansonsten ist das dann kriminell, was du dann noch besitzt im Verhältnis, keine Ahnung, 1 zu 100 oder whatever das Verhältnis dann sein wird. Meinst du so wie seinerzeit das Goldverbot, das dann eben gegen Dollar abgeführt werden musste und so ähnlich, halt ein Kryptoverbot? Ja, absolut. Ich traue dem Braten nicht, dass man das einfach so hinnimmt. Ja, die Gegenwehr ist relativ schwach, das stimmt. Also bisher jedenfalls noch. Oder man lässt natürlich die Börsen und Kapitalisierungen in die Höhe gehen und ab einem gewissen, ja, ab einem gewissen Volumen besteht natürlich dann auch die Möglichkeit, dann gerade solche Plattformen, wie soll ich sagen, in den Kreis der regulierten Finanzdienstleister mit reinzuziehen. Und was habe ich auch neulich gelesen, beispielsweise die, ich glaube, die US-amerikanische Steuerbehörde, die hat ja mittlerweile auch eine Abteilung, die ausschließlich dafür da ist, eben Kryptowährungen herauszufinden, bestimmte Transaktionen, denen die zuzuordnen sind und dann eben daraus steuerliche Sachverhalte zu prüfen. Ja, das Ganze ist nicht so anonym, wie manche das annehmen. Und in China sind Bitcoins ja mittlerweile auch verboten. Gut, können Sie natürlich irgendwie einen Schwarzmarkt etablieren, aber dann dürfte das natürlich, also spätestens dann, wenn das der Fall ist, dürfte natürlich der Preis deutlich nach unten gehen, weil ja dann im Prinzip genau dieses Schwarzmarkt-Phänomen auftaucht. Ich habe eben keinen regulierten Markt mehr. Ich muss Preisabschläge hinnehmen, weil ich mit etwas Verbotenem in Anführungsstrichen bezahle. Ja, das wird sicherlich dann der Kapitalisierung nicht zuträglich sein. Obwohl es vermutlich, da stecke ich aber auch nicht so tief drin in der Technik, aber da gibt es sicherlich Lösungen, das dann komplett vorbeilaufen zu lassen an öffentlichen Stellen. Aber wie du natürlich richtig sagst, Kryptowährungen oder Kryptovermögenswerte sind pseudonym und niemals eben anonym. Also irgendwo, wenn man möchte... Denkst du, das ist mehr die Tulpen-Money oder ist das die neue Leitwährung? Schwierig zu sagen, aber Fakt ist ja, nach wie vor wird es eine Nachfrage nach Dollar, Yen, Euro, Yuan geben. Einfach deswegen, weil ich ja mit Kryptowährungen nicht meine Steuern begleichen kann. Ja, und ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, der seine Rechnung, also auch Privatrechnungen irgendwie mit Kryptowährungen begleicht. Also von daher ist das eher ein Vermögenswert, ein digitaler Vermögenswert und jetzt eben kein klassisches Transaktionsmittel. Und ja, was daraus wird, vermutlich nicht das, was wir denken, was daraus wird. Aber in irgendeiner Art und Weise wird es sicherlich Einzug halten, einen breitenwirksamen Einzug halten. Ja, lassen wir uns überraschen. Dann beenden wir mit diesen Worten. Auf jeden Fall. Freut mich, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Und ja, Dominik, die Freude war ganz meinerseits. Wir hatten ja wieder einige interessante Themen. Immer eine Freude, mit dir darüber zu diskutieren. Und ich freue mich dann auf unser nächstes Gespräch Mitte Februar. Alles klar, Luis. Bis dann. Bis dahin. Mach's gut, Dominik. Bis dann. Bis dann. Bis dann. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.